Jo, meine lieben Zuschauer und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir mal wieder Skywars. Haaren sie vorhin. Heute spielen wir mal wieder mit dem Legendary Pyro Kids. Heute nicht alleine, denn heute ist mein wundervoller Designer der David an meiner Seite. Hallo, hallo. David, David, David. Stopp. Sonst kriegt ihr euch an auf die Schnauze. Oh, Leute, ich zeige euch ganz kurz die Specs. Wir starten mit einem Schwert, Sharpness 2, Fire Spect, aber dennoch schlechter Intektor mit einem Flitterstil, mit einem Lava-Bucket, einem weitere Lava-Bucket, mit einem Fire-Resistenz-Schluck-Trank. Ja, ich habe die ganze Zeit jetzt ein Ohr, wovon die so... Hello, Motherfucker. Hello, Motherfucker. Du nimmst die Aufnahme auch noch. Ich nimm die Aufnahme sowas, Mann. Das ist... Nein. Das ist... 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 Dieser schönen Map will ich einen Song von Klaus-Hip einspielen. Und jetzt du, Klaus-Hip. Babys sind lecker, dafür stehe ich mit meinem Namen. Wunderschön. F***, I like big balls and I cannot like... NEIN! Fellow, we love you! Shit! Triggered. Einmal eine Aufnahme mit dir und dann ist das hier wieder so super. By the way, schaut mal die Beschreibung. Der Typ macht freche Designs. F***, S***, 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 S*** stehe ich mit meinem namen mlg water mlg ok lol ich hau den jetzt runter was nein 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 wuuuh äh lol nein der war doch nicht mal in der mitte jo da haben sie recht so leute für die nächste runde packen wir jetzt da nebel nicht wie pvp jacke muz 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 Ich würde mal sagen, das soll zum Video gewesen sein. Wenn es dir das Video gefallen hat, dann zeig es mir mit einer Bewertung. Schaut bei Lieben David vorbei, der macht freshe Designs, aber nicht für euch, weil ihr alle Kacke sind. Das hat keinen Spaß. Hier findet ihr die anderen Videos mit unter anderem seinem Kanal. Wenn ich das nicht vergesse, haut rein, macht's gut und... Ciao!